Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu Tür Nummer 7 auf dem Adventskalender. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Probealarm der Feuerwehr, denn heute werden die Sirenen getestet auf ihre ordnungsgemäße und gute Funktion. Wer mich kennt, der weiß, dass ich Videos darüber mache, wie die Sirenen klingen und das schon seit einiger Zeit. Und dies auch auf einem Zweitkanal. Pustet den Link findet ihr dort oben irgendwo und auch in der Beschreibungsbox. Aber heute ist es nicht der Fall. Heute kommt das Video auf dem Hauptkanal, denn ich habe mir überlegt, wie der Videotitel es ja bereits schon gesagt, dass ich das Video heute mal in diese Tür quasi hier hinein packe und ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Like da, dann abonniert mich, schaut weiterhin meine Videos an. Vielen Dank, mach's gut. Tschau.